Hallo ihr Lieben, ich wollte mal ein Video drehen. Ich war lange nicht mehr da. Ich habe mich nicht gut gefühlt, aber jetzt geht es mir wieder gut und mit voller Kraft bin ich wieder bei euch. Hier ist eine Malerei von mir. Sehr gute Freunde, die ich gemalt habe, die mir voll am Herzen sind. Ich arbeite im Wildkräutergarten mit vielen Pflanzen, die einem helfen, da ist auch eine Frau bei, die einem beibringt, wie man mit Kräutern umgeht. Und die Kräuter helfen einem, statt Tabletten zu nehmen. Es ist einfach so schön, in dem Kräutergarten zu arbeiten, am Tiefahrensee hier unten bei uns. Wenn man lang geht, schaut mal rein, am Tiefahrensee, unter die Brücke ist der. Da ist der kleine Garten, den wir haben, mit vielen Wildkräutern. Wir machen auch Kaffee, machen wir auch da öfters. Und machen Vorträge, machen wir da auch, über Wildkräutern. Wildkräuter sind sehr gut gegen Kopfschmerzen. Und gegen Heilung und gegen Nierenschmerzen. Und Gebrechen helfen, die Kräuter einfach zu heilen. Und das sind ganz liebe Freunde, die ich ganz toll im Herzen genommen habe. Die sind für einen da. Ihr kennt das auch, wenn ihr gute Freunde habt, auf denen ihr bauen könnt. Die einem wirklich zuhören, wenn es einem schlecht geht, sind sie da. Für uns. Und ich habe sie ganz toll in Herzen genommen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag.